So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal RamsesderDicke. Eben noch den Seed Day mit Milzak streamen von unterwegs, aber wie immer haben wir nur eine Stunde gezockt im Stream. Wer den Stream nachvollziehen möchte, nachschauen möchte, kann das auf YouTube dann gerne noch machen. Eine Stunde unterwegs streamen mit Pupsi. Wir machen da immer unsere Challenge. Wer kriegt das erste Shiny? Wer kriegt das letzte Shiny? Wer kriegt die meisten Shinies? Diesmal gab es sogar noch einen Gast. Der Drago Knight war dabei, den ihr vielleicht aus dem Fan-Chat kennt, aus der Fan-Gruppe Telegram. Wer die nicht kennt, kann ja mal in die Beschreibung gucken, da ist die verlinkt. Ansonsten war der mit dabei. Kann man auch im Stream sehen, hören, lesen, wie auch immer. Man sieht Jonas, den haben wir mal kurz gezeigt, vorgestellt, Pupsi und alles andere. Was auch jetzt hier ist, was mir mega leid tut, was ich euch noch kurz zeigen möchte, das ist Adi, der Adi-Schatz. Und der hat seit gestern irgendwie eine blutige Nase gehabt. Also an der Nase irgendwie zwei komische Kratzer und zwei rote blutende Pünktchen gehabt. Der hat sich so mit Molly, also mit Sandras Katze, gefetzt, dass er da plötzlich in der Ecke gesessen hat und hat zwei rote Kratzer, punkte Blut, Nasen, irgendwas... Tut mir auf jeden Fall total leid. Am liebsten hätte ich die Molly genommen und... Ja... Aber der Adi ist schon groß. Ich glaube, der muss das alleine schaffen, klären, wie auch immer. Wenn ihr Tipps habt, was man gegen so eine Molly tut, dann schreibt es mir in die Kommentare. Jetzt aber der Quest, ach, der Sea Day mit Milza. Wir machen ja mal ein kleines Ausbeute-Video. Sagen kurz, wie die Stunde so war. Die Stunden sind ja immer anders. Einmal war der Sea Day ein Fest, weil wir beim Frühlingsfest waren und haben den dort gespielt. Einmal fiel der Sea Day ins Wasser, weil es die ganze Zeit geregnet hat. Heute würde ich sagen, dieser Sea Day war mit Gast. Zack. Weil man dann immer weiß, was den Sea Day ausgemacht hat. Und den heutigen hat ausgemacht, dass der Dragonite als Gast an sich dabei war. Und der läuft dann noch bis 17 Uhr. Wir haben es jetzt 15.41 Uhr. Ich möchte kurz mal hier rein. Ich will mal schauen, wenn ich jetzt Alter Null und Milza suche, habe ich jetzt 135 Milza noch hier auf der Hand. Das sind aber nicht alle, die ich bekommen habe. Mein Beutel war zwischendurch schon wieder voll. Ich musste zwischendurch einige löschen. Das kleinste Milza, was ich hier habe, ist 207 WP. Das können wir mal kurz bewerten. Hat einen Stern. Und das größte Milza, was ich hier habe, was für ein komisches Ausbeute-Video, hat 1200 WP. Sitzt jetzt in Mutter mit Kind und hat zwei Sterne. Und das hier hat drei Sterne. 1200 sind die höchsten WP, die ich bekommen habe. Hat jemand mehr als 1200 WP? Dann schreibt es mal in die Kommentare. So, vier Sterne. Können wir auch schauen, ob ein Hunderter dabei war. Vier Sterne zuletzt gefangen. WINGUL. Da ist kein Milza dabei. Das heißt, es gab kein 100%iges Milza. SHINIES können wir euch auch zeigen. SHINIES zuletzt gefangen. Sehen wir eins, zwei, drei, vier. Ist nicht so viel. Wir können jedes einzelne mal bewerten, wie die Bewertungen so sind. Das hat einen Stern. Das hat drei Sterne. Es gibt, glaube ich, eine Kategorie, wenn man drei Sterne SHINIES durchentwickelt, oder? Sollte man das machen oder nicht? Weiß ich nicht. Habe ich bisher noch nie drauf geachtet. Nochmal einen Stern, nochmal einen Stern. Und hier zwei Sterne. Das heißt, das ist eigentlich das Beste von den IV her. Und, ach komm. Ich würde sagen, ich entwickle das jetzt auch noch durch. Es kriegt auf jeden Fall auch nochmal die CDR-Tage-Breitseite, die trotzdem nicht so gut ist, wie man dachte. Benjamin hat auch immer gesagt, Wutanfall braucht er. Der ist ein Drache. Der braucht Wutanfall. Jeder Drache braucht Wutanfall. Die Breitseite war bei Rayquaza schon nicht so gut. Ist hier auch nicht wirklich gut. Machste eigentlich nichts. Das entwickeln wir durch. Und wie war der Ablauf jetzt? Wir sind mit Ragonite ein bisschen durch den Park gelaufen. Ich muss sagen, mir war es ständig zu warm. Aber ich bin seit heute früh schon unterwegs gewesen. War da beim Arctos, Krypto-Arctos-Raid-Up-Ding gemacht in der Stadt. Dann waren wir unterwegs beim Sommerfest von WBG. Da war es auch pralle Sonne die ganze Zeit. Richtig hart und schlimm. Und dann bist du noch durch den Park gelaufen. Jetzt eine Stunde, wann im Park nichts los war in die Stadt. Und immerzu dieser Wechsel kurz mal Schatten gehabt. Und dann wieder pralle Sonne, pralle Sonne, pralle Sonne. Eigentlich hätte ich auch sagen können, dieser Sea Day war zu heiß. Es sind aber gerade mal 25, 26 Grad. Also ist das eigentlich auch gar nicht so heiß. Trotzdem heule ich schon rum. Ich kann jetzt hier mal gucken, ob ich noch ein paar wegfangen kann nebenbei, während ich weitererzähle. Ich hoffe, ich kann mich konzentrieren. Vielleicht ist ja hier jetzt noch ein Shiny dabei. Oh, Shiny mit 1140. Und schon habe ich 5. Ne, wir haben wieder das Spielchen gemacht. Also wer kriegt das erste Shiny? Wer kriegt das letzte Shiny? Wer hat die meisten Shinies? Das erste Shiny hat diesmal der Gast bekommen. Nämlich der Dragon Knight. Ich sehe, ich habe das gar nicht gefangen. Boah, finde ich das jetzt wieder? Welches warnt das jetzt? Nein, renne ich weg. Hier saß irgendwo ein Shiny mit 1000. Noch was? Ich brauche bessere Bälle. So kommt es, wenn man den Schnellfangtrick macht. Und dann die Shinies einfach weg sind, wo man denkt, die hat man eingetüdelt. Und hat die gar nicht eingetüdelt, weil die dann... Ja. Ich glaube, das ist weg. Das ist wahrscheinlich aus dem Ball raus. Und jetzt finde ich es nicht mehr. Oder? Doch. Das ist es. Wir machen den gleichen Fehler nochmal. Wir werfen den Ball und fliehen um. Und jetzt haben wir es gefangen. Und es ist... Schlecht. Genial. Also, Dragon Knight hat das erste Shiny bekommen. Schon wieder... Ich komme gar nicht zum Reden. Was ist denn jetzt los? Hier noch ein Shiny. Da hätte ich auch von zu Hause ausspielen können. Dragon Knight hat das erste Shiny bekommen. Ca. 2 Minuten nach Beginn des Sea Days ging es Shiny. Hat er also den ersten Punkt bekommen. Dragon Knight hat das zweite Shiny bekommen. Das dritte Shiny. Das vierte Shiny. Da hatte ich noch gar keins. Dann habe ich ein Shiny bekommen. Dann hat Dragon Knight wieder eins bekommen. Pupsi hat eins bekommen. Pupsi hat noch eins bekommen. Shiny! Hä? Ich raste komplett aus. Das dritte nacheinander. Dragon Knight hat das erste bekommen. Dragon Knight hat auch das letzte Shiny bekommen. So viel können wir schon sagen. Und Dragon Knight hat auch insgesamt die meisten Shinies bekommen. Dragon Knight hat... Okay. Und jetzt ist das Aufbewahrungslimit erreicht. Jetzt muss ich aber erst wieder bewerten. Nicht, dass ich was wegwerfe, was gut ist. Nee. Also ein Hunderter ist nicht mehr dabei. Wir werfen trotzdem mal ein bisschen weg. Ihr habt gesehen, ich habe vier Shinies bekommen während dieser einen Stunde. Pupsi hat sieben Shinies bekommen während der einen Stunde. Und Dragon Knight hat ganze elf Shinies bekommen während der einen Stunde. Das heißt, meine und Pupsis Shinies zusammengerechnet. Sieben plus vier ergibt elf. Wir zu zweit haben gerade mal so viel bekommen wie er. Ja, das war cool. Das hat Spaß gemacht irgendwie. Aber irgendwie bin ich total erschöpft. Und viele habe ich gehört im Stream auch, die gesagt haben, dass sie gar keinen Bock auf den Z-Day haben. Weil Milza... Naja, im Endeffekt trotzdem nur ein Pokédex-Eintrag ist und kein gutes, sinnvolles, starkes Pokémon. Also du entwickelst das mal. Die Attacke macht es auch nicht stärker, rettet es nicht. Die, die noch gar keinen Shiny haben, haben sich gefreut. Die, die keine Bonbons hatten, haben sich gefreut, dass sie das mal entwickeln können. Aber an sich dachte man, dieser Z-Day haut jetzt alle um. Dadurch, dass es es aber vorher schon als Shiny gab und die Attacke schlecht war, blieben die Erwartungen weitestgehend zurück. Wie ist eure Meinung? Habt ihr den Z-Day gespielt? Wie habt ihr den Z-Day gespielt? Wo habt ihr den Z-Day gespielt? Mit wem habt ihr den Z-Day gespielt? Hat es euch Spaß gemacht? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich habe vier bekommen. Pupsi 7, Dragonite 11. Eine Stunde rumlaufen. Wie gesagt, mir war es zu warm. Ich habe die meiste Zeit auch gar nichts gesehen. Wenn ich aufs Display geguckt habe, musste immer kurz zu einem Baum laufen. Damit ich mal zwei, drei antippen kann. Dann wieder weiter. Hab wieder nichts gesehen. Jetzt habe ich hier im Sitzen genauso viel Shinies bekommen, wie in einer Stunde draußen rumlaufen. Das ist schon merkwürdig, oder? Ansonsten freue ich mich auf den nächsten Z-Day wieder mal. Erstmal. Bevor dann wieder irgendwas komisch ist. Nächste Z-Day ist ja wahrscheinlich Quapsel. Und danach kommt wohl Froxy. Das sind aber nur Gerüchte. Ob das so sich bewahrheitet, sehen wir dann. Wie war euer Z-Day? Okay, schreibt es mal rein. Grüße an den Dragonite. Wie war eure Ausbeute? Wie lange habt ihr gespielt? Waren Hunderter dabei? Ansonsten Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Ich komme mir so vor, als hätte ich irgendwas vergessen. Aber vier Shinies nacheinander. Das ist doch genial, oder? Das müsste ich doch auch im Tagebuch sehen können. Hier drauf geht Tagebuch. Ich sehe vier. Nacheinander. 45, 45, 46, 46. Genial. Peace out forhaut. Euer Ramses. Ja und Turin. Leinen. assured. Teich das immer mehr liebe. Das ist ja hier. bis zum nächsten Mal.